ich grüße euch meine lieben freunde der service das klappt willkommen zu einer runde mario kart in minecraft auf hypixel keine ahnung ich weiß es nicht wieder mal mit 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 ich hab's euch in den letzten Prozent auch was in der Folge gesagt wird besser mit der Beleuchtung und ich hab's geschafft die ist meine Beleuchtung nicht so auf jeden Fall sieht er mich jetzt besser und wir fangen direkt an und mir schreibt jetzt jemand auf Skype werben und ich bin in der Aufnahme schreibe dir nach der Aufnahme und ja wir gehen eine Runde äh hei Schammer da war ich auch noch nicht ist okay alles klar Ich mache einen Cut, ähm, bis wir anfangen. Wir sehen uns gleich in der Startfläche. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, ich bin ready. Lo, ich habe den gerade voll, äh, weggeschlagen. Ihr würdet die Musik wahrscheinlich eh nicht hören, weil ich was drüberlege und was anderes. Ah, Mist. Shit. Das war das. Nee. Wie viel da bin ich eigentlich? Ich bin vierter, cool. Fünfter, vierter, fünfter, vierter. Äh, äh, äh. Äh, äh. Komm, nein, wir sind fünfter. Yes. Vierter. Nee. Äh, wieso? Shit. Wieder fünfter. Nee. Mist. Go. Schneller. Go. Go. Shit. Oh, gut. Was? Nee. Jetzt bin ich neunter. Was? Komm, gib Gas. Mensch. Gibt's nicht. We are going to play a typical number. Let's do. Yeah. Wir wurde oft geraten, ich soll mal in der 5-Modus fahren. Oh Gott. Na na ja, geht eigentlich. Nee, ich kann es gar nicht haben. Ich bin richtig schlecht. Nee, was? Hä? Hä? Oh, man. Oh, man. Ey, hier ist... Hopp. Toi, jetzt bin ich 8er. Mäh, nu. So doof. Oh, ich bin 7er. Cool. Und jetzt wieder hier runter und den schießen wir ab. Und wir sind hängen geblieben. Wir schießen grad nochmal ab und das war Fail. We are going to play a typical amount of la-la-la-la-la-la-la水平 Sinn. Let's do this. Let's do this. Hopp. Go. Hah. Du behalst dich erst mal. Kannst du vergessen. Lol, der Server hängt gerade extrem. Extrem hängt der gerade. Oh shit. Vierter? Nur noch vierter? Yay, immer noch vierter, krass. Ich will vierter bleiben. Und bin sie aber nicht. Was bringt mir das jetzt? Oh, ich bin so, dass ich umziehe. Yay, fünfter. Auf manual. Er hat's geschafft. Sonst haben wir jetzt keiner, ne? Okay. Ja, cool. Ah, meine Augen brennen nicht weit wieder am Schwimmbad. Ähm. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. So, da bin ich wieder in der neuen Runde auf einer bekannten Map. Ja. Ha. Lab 1. Yeah. Ich bin erster. Ich bin erster. Was heißt eigentlich? You taken a leaf. Mehr schreibt jemand auf Skype, das ist mir aber gerade sowas von egal, ne? Gucke ich gleich nach. So, ja, 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 nein, lab two, guck dich, geh weg, nein, ich hab den nach vorne geboostet, ja, nee, geh weg, ja, bam, die Musik, die da läuft, ist echt cool. Ich frag mich echt, wie lange die da dran gesitzt haben. Shit. Bäh. Hä, immer noch zweiter, echt jetzt? Ja, was? Hä? Wie das? Wie geht das denn? Toll, jetzt bin ich vierter. Ja, gut, dritter. Ja, okay, zweiter. Dritter, zweiter. Shit, shit, erster? Sollt. Ja, okay. Ja, was heißt das? Ja. Ja. Weg. Weg. Zack ist es. Ja, Sebastian Schlaube Schlumpf müsste es auch auf Gas drücken. Was? Nee, komm schon. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt bin ich siebter, weil mich ein paar Volli... Sorry, ein paar... Mit 3000 von den Panzern dazugeworfen haben. Ich glaube, ich werde bekloppt. Echt nicht, ey. Mann, ich wäre erster gewesen. Ich bin dritter? LOL, wie geht... LOL. Hi, Kumpel. Das... Krass. Ich bin einfach mal dritter. Ist das krass? Wuhu. Awesome. Ja. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.